Mir macht es Freude, ich sehe junge und hungrige und ich sehe leuchtende Auge von der Wissbegier und von dem ich will mich verbessern, ich will Informationen. Das ist ganz schön. Und da wollen wir dann noch jemanden zu haben, einer oder zwei, der genau diese Auge auch hat. Und dieser Hunger. Und das ist nicht so, da müssen wir genau hinschauen, weil wir die Menschen auch nicht kennen, dann muss man sprechen, dann muss man schauen, wie diejenige auf dem Platz spielen, dann muss man das Umfeld anschauen, was haben sie für Leute, die sie beraten, in Anführungszeichen, und was sagen die ihnen, wenn sie mal auf der Bank sitzen oder sonstige Dinge. Das ist im heutigen Fußball äußerst kompliziert und komplex und deshalb, wenn wir denjenigen nicht finden, nehmen wir niemanden zu, bevor wir jemanden zunehmen, weil wir denken, wir müssen unbedingt und dann nachher ist es jemand, der diesen Weg vor uns mit dieser Arbeit, Intensität und so nicht mitgehen kann. Vorher machen wir es nicht. Vielen Dank.